ich mach den scheiß nicht noch mal den scheiß nicht noch mal macht hier leute wir kommen zurück zu dead space ja wir sind wieder da und ich habe bis zu ihnen vorgespielt wie es kommt nämlich gleich der laser und das wird sehr lustig da wollen jetzt mal im krankensrevier genau da ist er wo alles zerschnipselt wie denn dann hat es ordentlich zerstört noch irgendwas bluten nein ja letztes mal habe ich ja nicht so viel zeit gehabt aber jetzt habe ich umso mehr zeit deswegen nehme ich heute mal ein bisschen länger auf und das prima ist mal das hier ein oder nicht so schild zu hacken lassen erst mal nachladen jetzt bin ich durch aber spielen ein wir in ein sieben die arme abtrennen kann weil sonst kriege ich nicht da ja das müsste gelangt haben und meist soll ich noch das ding da holen aber das ist mir zu geheikelt ich will jetzt nicht durch ich möchte ja gern das projekt zu ende bringen das geht jetzt auch schon ein paar monate um unser neues projekt was schon in den startlöcher stehen endlich den vorrang geben können zu können weil das war ja auch schon sehnsüchtig darauf veröffentlicht zu werden es hat auf jemals sehr sehr viel spaß gemacht das aufzunehmen oh 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 ja das hat mir jetzt auch relativ viel der match das hat mir so gut wie alles weggenommen also das ist ein luftfilter ja das ist ein luftfilter scheiße und gar keine medikids und straße muss rein scheiße ich brauche unbedingt medikids alles eingelutet gut ich habe ja wieder halber voll und medikid irgendwo noch finden das munition ja munition habe ich jetzt ordentlich wieder gott sei dank habe ich auch nichts mehr gehabt hoch speichern ja gut haben wir so mal den speicherer rein zwar jetzt nicht viel gespielt aber er wisst ja ich mache das lieber auf einmal sicher um nicht das noch mal spielen zu müssen das noch medikid ja haben wir uns gleich auch noch wenig binden ein anzug müssen wir uns noch kaufen weil sie sie noch platz und dann gibt es noch einen anzug das gefällt mir gar nicht da ist viel zu viel platz um einfach durchzulaufen viel zu viel platz ist komme ich hier hin ach gut komm ich nirgendwo gescheites hin dann bleibe ich hier oh da ist auch noch was zum looten munition was sag ich lockdown eingeleitet das ist mir nicht zu schnell sonst gut er ist dann und ja noch davon auch hoffe ich nicht jetzt ist mein starter alter sag ich doch mal kriegst du auf die fresse oder lauf da auch noch einer von den verrückten waffe wechseln tötet ihn tötet das tötet mich alle aber da kommen noch mehr oh gott jetzt bin ich gleich am arsch das ist ja viel zu viele nachladen kann ich nicht kein medikit habe ich kein medikit doch habe ich aber das bringt nichts das sind wir sitzen steht alle also leck ich am arsch lebt ihr noch was wie viel gibt es nicht von denen gut das ganze schiff war ja voll so die soldaten jetzt ist aber schicht im schacht ich habe noch ein richtig starkes medikit aber ich habe weder money mehr nein money habe ich keine mehr 52 schuss da habe ich glaube ich noch zum nachladen habe ich noch schuss ich muss jetzt mal alles einlooten dass ich jetzt mal alles einlooten muss was ich jetzt hier koppliziert habe tot da liegt noch was ah das ist da so ein Modul das Ding hat echt Power wenn du gegen die fetten kämpfst dann macht es echt damage krrrr überall liegt Geld rum da liegt auch noch was rum alles mitnehmen oh Munition ist auch immer gut das ist auch gelootet was ist das ist nichts zum looten die Tür da ist noch was zu Geld 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 so viel Geld brauche ich gar nicht das habe ich schon das ist rot das haben wir so ah da ist ein Shop kann ich mal das Zeug verschärbeln und neues Zeug kaufen so jetzt haben wir aber alles oder da ist noch mal ein bisschen was noch mehr Munition Gott das war jetzt aber hart kann ich jetzt eine Anzugsjure 5 kaufen nein das Inventar kann ich das das brauche ich das brauche ich nicht verkaufen ja Impuls Partikel das brauche ich das brauche ich auch nicht den brauche ich den brauche ich jetzt habe ich noch neun Schuss und 50 Schuss von dem her halb leider aber das kann ich alles verkaufen so das brauche ich alles nichts Glasenergie brauche ich das brauche ich ich kaufe mir noch ne Energieknoten aber ich brauche noch Geld für meinen Anzug wenn ich den nächsten kriege und deswegen peile ich mir ein bisschen davon dass er auf das da habe ich noch da guckt da ist auch wieder Munition weiter speichern ja ich mach den Scheiß nicht nochmal den Scheiß nicht nochmal mach im Arsch ich halb gefickter das ist gar nichts gewesen das dreht ihn und mach ihn kaputt so nicht dass er so scheiß Viech wieder kommen wir ihn weg machen wo rennst du denn hin bleibt doch stehen man brauchst du ja nicht von mir abhauen aber irgendwas macht da draußen ganze Hülle kaputt gehen wir mal hier rein dann komme ich nicht weiter naja das ist verschlossen na da ist noch Loot so Munition immer Munition alles Munition mitnehmen wenn ihr das Spiel spielt immer gucken auf die Munition es gibt nichts wichtigeres und wenn ich jetzt komme ich jetzt hier alter was sind das für ein Ding shit generatoren gut möglich auf jeden Fall machen wir richtig viel mit operation oder das oben drüber ja das hier ja das hier alles so gut das war ungünstig was ist denn das denn an jetzt bin ich hier gleich down jetzt bin ich weg was ist denn das hier überhaupt was ist denn das hier überhaupt ich wollte eh jetzt erstmal gucken was ist was ich da machen soll ich habe keine Ahnung oh man 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 auf jeden Fall verbrennt man da ziemlich schnell nicht überhaupt richtig nicht überhaupt richtig ja ich muss da durch du kannst die Dinger nach links und nach rechts schieben nations oh man und ja so und 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 genau Warum? Direkt dahinter bleibe, passiert mir nix. Oder doch. Wohin? Also ich vermute, dass ich mit dem Ding durch den Raum muss. Kapieren tue ich es trotzdem nicht, was das sein soll. Dass ich es trotzdem nicht kapiere. Dann wegbleiben erst mal bis das Ding hier weg ist. So. Hure Sackvermacht. So. Hat mir nur einmal erwischt. Oh, wie ich jetzt? Sorry. Boah. Ja, aber kein Abs. Ich hab hier noch nicht ganz. Weil was ich jetzt hier machen soll. Da war ich eben. Jetzt bin ich hier 1 und drunter. Kann ich doch gar nichts machen. Nö. Kann ich mit nix interagieren. Wohin. Wer will jetzt davor gehen? Nein, ich muss wieder hoch. Also ich wieder hoch muss. Ich hab doch vielleicht erst in den anderen Raum so müssen. So, jetzt bin ich hier unten. Jetzt muss ich auf die anderen Seite. Ja, nö. Nein, das schafft man nicht. Fuck off. Also jetzt gehen wir längs rum. Also jetzt probieren wir den linken Weg aus. Der rechte Weg ist hier nichts, was man brauchen könnte. Ist untauglich. So. Direkt da hinten dran. Puh. Nicht zu weit weg. Nicht zu weit weg. Vorsichtig. 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 Kann man drauf schießen. Ich glaub, jetzt ist es weniger geworden. Das ist schon an der Seite auch eins. Also das verbrennt immer noch alles. Das ist ein Treifen in den Dingern. Okay. Moment. Ich geh zurück. Nein. Das war nichts. Davor. Shit. Ich hab vergessen die Dinger zu kaputt zu machen. Okay. Von hier. Das wär ja praktisch. So. Sind sie kaputt. Und das reicht auch nicht. Nein. Aber ich weiß jetzt was ich zu tun habe. Auf jeden Fall. Hat ja nur 4 Leben gekostet. Jetzt wird es einfacher. Ich muss die Energieleitung zerstören. Aber wie ich von vorne dann wieder nach hinten soll, das weiß ich noch nicht genau. Was dadurch komme ich nicht. Aber ich kann nicht nur eine Seite zerstören. Was ich nur eine Seite zerstören kann. Puh. So. Ich geh jetzt weiter rüber. Zwei weg. Den Weg schaffe ich so. 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 Eine Seite ist jetzt erledigt. Zurück. Zurück. Boah. Genau so macht man das. So macht man das. Das Rätsel. Fuck. Das sind alle Energieströme kaputt. Das sind alle Energieströme kaputt. So. Die Zeit wird es erst mal über mehr. Vielen Dank.